Bei 20 Minuten Training reichen, ja das ist das Werbeversprechen von über 300 Bodystreet Standorten. Bei so einem Effizienzversprechen kann man sich vorstellen, sind mehrere Wochen Lockdown eine Ewigkeit. Es ist auch nicht einfach über 300.000 Personal Trainings Workouts zu kompensieren, die dadurch sozusagen ausgefallen sind. Wir haben aber während der Schließung auch kein künstliches Koma gehabt, sondern wir haben uns sehr intensiv um die Erweiterung der Qualitäts- und Hygienestandards gekümmert. Unsere beliebten Online Workouts, die Online Beratung ausgebaut. Ja, und jetzt geht es bald wieder los. Tausend junge Mitarbeiter freuen sich auf die Mitglieder von Bodystreet und eines ist dabei geblieben, nämlich die Emotionen und der Spaß bei der Arbeit. Wir freuen uns, wenn alle wiederkommen und wir versprechen eine Top-Qualität. Bei Bodystreet ist nicht nur Trainings-Effizienz angesagt, sondern auch die hochste Hygienemaßnahmen. Wir haben die Hygienemaßnahmen extra für sie erweitert. Wir tragen Masken. Wir trainieren mit Sicherheitsabstand von zwei Metern. Dazwischen haben wir Flexiglas, aber auch vorne beim Trainer. Zusätzlich haben wir Desinfektionstücher und desinfizieren jedes Mal die Handgriffe und das Gerät. Ich liebe meinen Job und ich freue mich über jeden Schritt an Lebensqualität, den ich dir bieten kann. Durch Rückenschmerzen bin ich vor einigen Jahren auf die Bodystreet-Methode gestoßen. Heute bin ich schmerzfrei, Freundschaftspartner und helfe Menschen, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Bewegung und Muskeltraining bei Bodystreet stärkt dein Immunsystem und hat positive Auswirkungen auf Lunge und Atemmuskulatur. Mich haben vor 11 Jahren ganz starke Rückenschmerzen aufgrund von Bandscheibenvorfällen zu Bodystreet gebracht. Heute helfe ich Menschen dabei, diesen vorzubeugen. Ich bin Franchise-Partner bei Bodystreet und Bodystreet ist mehr als nur ein Thema. Ich hoffe, dass wir bei wieder einen entscheidenden Beitrag leisten können, um deine Muskulatur in Schuss zu halten. Bald geht's wieder los. Wir sind wieder da für euch, für starke Muskulatur und ein noch stärkeres Immunsystem. Die Bodystreet-Methode stärkt und schützt die Gesundheit. Bodystreet ist Lebensqualität. Viele unserer Mitglieder haben wenig Zeit. Deshalb trainieren wir auch bei Bodystreet. Denn da reichen schon 20 Minuten pro Woche, um die meisten Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen. Wir haben nicht immer so viel Zeit wie gerade jetzt. Und deswegen ist es cool, wenn 20 Minuten Training reichen. Ein Herz für unsere Bodystreet-Family. Gemeinsam sind wir stark! 20 Minuten Bodystreet stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch Knochen, Gehirn, Stoffwechsel, Herz, Kreisloch sowie das Immunsystem. Dranbleiben lohnt sich. Denn wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, euch da tiefe Grüßen zu dürfen. Wir halten zusammen! Bodystreet, weil trainierte Muskeln die Batterie des Immunsystems sind. Wer fit wird, kann sich selbst neu erfinden. Ja, wir sind bereit, dich wieder zu trainieren, dein Immunsystem zu stärken. Wenn die momentane Situation nur für eins gut war, dann wirklich mir zu zeigen, wie sehr wir als System und Familie zusammenhalten. Ob es mit der Zentrale oder auch mit den Mitgliedern sind. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre in der Familie Bodystreet. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich möchte sehen, wie das Ganze ankommt bei den Mitgliedern. Also, ich drücke uns jetzt ganz fest die Daumen, dass wir jetzt im Mai sukzessive von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, von Landkreis zu Landkreis wieder öffnen. Bodystreet, we are back! Bodystreet, we are back!